Musik Wo ist denn das? Einen wunderschönen Tag meine sehr verehrten Damen und Herren Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal Ich möchte in Zukunft gerne, habe ich mir so vorgenommen, mal ein paar Spiele spielen, die ich noch bei mir rumliegen habe, die schon ziemlich alt sind Also schon ziemlich alt Wir spielen heute Counter-Strike Condition Zero Ist nicht das allererste Counter-Strike, also Counter-Strike 1.6 könnte man das noch spielen Das sieht noch ein bisschen anders aus, noch ein bisschen veralteter Counter-Strike Condition Zero ist schon ein bisschen neuer Also grafiktechnisch sind wir schon ein bisschen höheres Level Counter-Strike Condition Zero ist tatsächlich in meiner Steam Bibliothek von den Spielen Eines der meistgespieltesten Spiele, also mit den meisten Spielstunden Hätte ich nicht gedacht Counter-Strike Condition Zero Das habe ich dem zu verdanken, dass ich damals das Spiel ziemlich krass gesuchtet habe Ohne es überhaupt zu wissen Also mich überrascht selber, wie viele Stunden ich in dem Spiel habe Und wir starten ganz klassisch, denn das, was ich früher immer gezockt habe Wir spielen jetzt mal nicht gegen echte Gegner Sondern wir erstellen uns ein eigenes gegen Bots Denn ich fand die Bots damals einfach richtig geil Weil die so oft diesen Sprach-Chat genutzt haben Und dann immer angesagt haben, was sie gerade machen, dass bei ihnen ein Gegner ist Du konntest mit Bots damals eigentlich relativ gut spielen Ich stelle mal auf normal Wir spielen ganz klassisch Auf DI Dust Oh yeah Let's go Und jetzt passt auf, ich drücke auf Start Zack 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 Wir sind im Spiel So einfach geht es Heutzutage Patches runterladen, Updates, was weiß ich Und wir sind im Game Und ich Und ohne Witz seht ihr das Okay Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen laut Oh, da ist einer verreckt Habt ihr das gehört? Bix Da Oh, leck Oh Ui, der Bass Er hat die Ladung Wo ist der? Oh Nicht mit mir, Kumpel Nicht mit mir Scheiße Terroristen gewinnen So wie damals Geil 2500 habe ich Kann ich mir schon was kaufen Gewehre Nee, ich spare auf Meine 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 M4 Wir machen noch eine Runde Ico, oder? Heißt das, glaube ich Heißt das Ico? Runde? Wenn man nichts ausgibt Oh, oh, oh Die haben teilweise schon krasse Okay, links Links sind welche? Links sind welche? Hab ihn Hab ihn Ich kann es, glaube ich Aufheben Oh yeah Jetzt Jetzt Oh Gott Ich liebe es Auch diese Anima Ich liebe es einfach Ich liebe es einfach Ich liebe es Gottverdammt liebe ich es Und ich kann es gleich behalten Ähm Ich tue mal Ausrüstung Und zwar Kevla plus Helm Kevla plus Helm Gönne ich mir jetzt mal Meine AK kann ich behalten Der hat er mir ja gegeben Der hat er mir ja geschenkt Und jetzt gehen wir mal Offensiv rein Haben wir verloren Beim ersten Mal Oh, ich glaube der hat Ah Müssen wir aufpassen Den Spray muss man hier auch immer berechnen Aber da weiß ich Weiß ich nicht mehr ganz genau Wie das schon war In Condition Zero Warum heiße ich eigentlich Player? Ich habe mir glaube ich keinen Namen gegeben Liegt es daran? Nein 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 Warte Oh Condition Zero Das war damals mein Spiel Das habe ich gezockt Bis ins Unendliche Das habe ich gezockt Bis ins Unendliche Alter Das Spiel Nein Nein Ich habe Oh scheiße Warte, warte, warte Warte Ich muss wieder zurückgehen Ich muss wieder zurückgehen Es kaufen schon vorbei Es kaufen schon vorbei Ähm 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 Primär Munition Jetzt hat Ich vergesse es immer Man muss Munition noch dazu kaufen WW Es sind schon welche tot Es sind schon welche LME Tot, tot, tot Die haben alle einen Entschärfungskit Ich nicht Oh oh Vorsicht Links ist einer Ne Das ist einer für uns Ja Hammer Da Hinten Ah Du stehst mir im Weg Nein Oh shit Der hat einen Sniper Oh shit Der Adrian Der Adrian Die Drecksau Da Da ist er, oder? Der hatte doch einen Sniper, oder? Wann ist richtig krass Gewehre Oh ja Oh mama Oh mama Jetzt darf ich nicht sterben Oh mama Jetzt darf ich nicht sterben Jetzt darf ich nicht sterben Ach du scheiße Ist das peinlich Ein Ich bin schlechter als ein Bot Ich bin schlechter als ein Bot Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Digga Der hat 8 zu 2 Der spielt 8 zu 2 spielt der Und ich spiel 6 zu 4 Der Scott ist besser als ich Ne, 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 ne Warte mal Warte mal Leute So haben wir nicht gewettet Jungs Jungs Nein, die 3 Hol auf Nein, die 5 geht zurück Also Da muss jetzt mal was unternommen werden Da muss jetzt definitiv was unternommen werden Ja, 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 ja Ja, 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 ja Rechts Rechts sind Schüsse hier Auch die Minimap oben ist göttlich Auch die Minimap oben ist göttlich Oh ja Oh ja Das wird wieder Das wird Action-Maction geben, Digga Ihr Arschlöcher Die entscheiden sich, glaube ich Ne, da war keiner Schade Links sind sie Jetzt sind sie links diesmal Hinter mir Hinter mir, hinter mir Unten 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 sind sie Okay, jetzt muss ich Ich muss es machen Will Dein Arsch Gehört mir Ich dachte Du bist der Beste Mit deinen neuen Zu 5 Ja, die haben sie da gelegt Ich weiß gar nicht, ob das A oder B ist Ich mach's Ich entschärfe Du gibst mir Deckung Kann ich ihn noch holen? Wo ist er? Ne Oh, da wäre er gewesen Habt ihr ihn gesehen? Den Lümmel Tom, dein Arsch gehört mir Oh, oh, oh Hinter uns Ne Von vorne Jetzt muss es Papa machen Papa macht's nicht Scheiße, Alter Die waren zu zweit Standen direkt zu zweit Ich dachte, ich könnte es mit ihnen aufnehmen Aber so einfach Das ist dann doch nicht Ich glaube, das könnte richtig lustig werden Wenn man das mal wirklich Richtig, richtig Multiplayer spielt Also dieses alte CS Einfach Wollte gerade sagen CSGO Terroristen gewinnen Das gefällt mir gar nicht Ich weiß nicht, bis wann Ich eingestellt habe Wie viele Spiele man gewinnen muss Schauen wir mal, wo sie kommen Okay Ich jock Das ganze Team kam da Noch zwei Henry und Will Will spielt eine 10 zu 6 Gar nicht mal Also manchmal denke ich mir Fahre auch Einer noch Wo ist der Wo ist der Der kommt doch auch von da, oder Brücke Ja, sag ich doch Der kommt auch von da Ja Easy 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 Leute Was ist denn das Kommt schon Ich brauche ein bisschen mehr Die verstecken sich auch ganz gerne Von, 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 von Da hat er mich g'schnappt Da hat er mich g'schnappt Meine schöne ABP Was spiele ich denn momentan 28 zu 6 Jetzt habe ich aufgeholt Das habe ich richtig Ich bin warm Jetzt bin ich warm gespielt So Ich schau mal Mitte Ja, mit der P90 ist halt geil Du kannst halt Wenn du direkt reingehst Ja Also die sprayen halt Ultra die Waffen Das ist halt Ja Easy Leute Nein Aufwuchs Ausrüstung Wir machen mal Eine Blendgranate Ach scheiße Warum geht das immer nicht Lass uns hier warten Du kannst mich mal So kann man nämlich ja So Jetzt schauen wir mal Oh Leck mir am Arsch Was Was Also ich will Das ist halt Du kannst halt nicht mehr wegrennen Wenn du Angeschossen wirst Du wirst gestahnt Du kannst Du kannst dich nicht mehr bewegen Du kannst nichts mehr machen Das ist halt das krasse Ach du scheiße Was sind sie denn What Was war denn das jetzt Ein Headshot direkt oder was Ach so Wir spielen jetzt nochmal Ne das möchte ich eigentlich eher nicht Disconnect Geile Geile Runde Absolut geil Absolut geil Ja wenn ihr mehr davon sehen wollt Dann Daumen nach oben Es werden auf jeden Fall mehr Spieler jetzt Demnächst mal kommen Wo ich richtig Bock drauf hab Da werden ein paar richtige Klassiker kommen Ähm Ja ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein und Tschüssi Kowski Geile Runde Geile Runde Geile Runde